Also, was ist los? Ross, Freundin Amy, ich hatte besucht. Ihre Tochter ist krankend sucht Ross. Ich habe ihr gesagt, dass mein Vater gleich weiß, Frau hältst. Dein Bruder ist ein gesuchter Flüchtiger, der ein Hauptzeug im Mordprozess deines Vaters ist. Amy, weiß das nicht. Der kommt bestimmt nicht zurück, nur weil deine Nichte wusste. Genau, warum ist sie nicht meine Nichte? Und es ist kein Wusten, es ist nur Komizidose. Dr. Brennan, die Vermisstenabteilung hat die Zahndaten eines Mannes im mittleren Alter hergeschickt. Ich habe sie mit dem Opfer verglichen. War sie, Trevor? Pater Douglas Cooper, General Bikard des Ex-Bischofs von Washington, D.C. Sweets hatte recht mit den Kniescheiben. Der Typ war sicher in Klasse im Knien. Nur weil jemand gut in Psychologie ist, heißt das noch nicht, dass er gut im Analysieren von Fällen ist. Er hat nur gut geraten. Ich las Sweets an den Pfarrer. Sie machten sich ständig über ihn Lustig. Nur wenn er an unseren Kaffee herumlockt hat. Er hatte recht mit den Knien. Wolltest du nicht herausfinden, womit die Kniescheiben ausgetrennt wurden? Ja, Dr. Brennan. Du hast den Seck wegtreten. Quatsch. Oh, verstehe ich nicht? Ich meine, ich bin es toll.